Ich bin Joel, ich bin im zweiten Lehrjahr als Karosserie-Springler bei Emil von St. Gallen. In diesem Lehrprüf nimmt man hauptsächlich Autos auseinander. Das heisst, wenn ein Unfall reinkommt, nimmt man den auseinander, den Schaden beheben und ab und zu ausbeulen. Ich habe mich für den Prüf entschieden, weil ich sehr gerne Autos mache und sehr gerne handwerklich arbeite. Daher war das für mich das Optimale. Beim Lehrprüf sollten wir handwerklich begabt sein. Wir sollten auch koordiniert arbeiten oder mit einem Team arbeiten können und selbst Entscheidungen treffen können, ob ich das oder nicht mache, ohne jedes Mal den Chef zu fragen. Ich mache meine Lehre hier in Emil Frey, weil als ich schnuppere, bin ich sehr herzlich empfangen worden und gut entsorgt und habe mich wohlgefühlt. Ich würde mich bei Emil Frey Garage bewerben, weil wir eine grosse Firma, ein Netz-Team, und ich werde herzlich aufgenommen und habe immer Arbeit. Ich bin stolz, dass ich in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, sehr viel schon lernen konnte, und sehr viel alleine arbeiten durfte. Ich bin stolz, dass ich hier bin, sehr nah an den Nacht aus. Ich denke, dass ich hier bin, sehr süß, dass ich im Art und Weise, Ich bin ein Lager.